Hallo und herzlich willkommen bei Game of Thrones, der Telltale-Game-Series Episode 2, The Last Loss. Schwere Entscheidungen wurden das letzte Mal getroffen. Ich bin nicht unbedingt auf jede Entscheidung stolz, aber wir sind in dem Moment, in der schnellen Zeit, war es für mich einfach die richtige Entscheidung. Schauen wir mal, wie es bei Garrett weiterläuft, bei The Wall. Du kannst nicht mit den anderen Rekruten kämpfen. Du brauchst diese Männer, um deine zurückzunehmen. Es gibt genug hier, die uns zu töten, ohne Probleme zwischen uns allen. Finn ist ein Böse. Ich kann ihn einfach nicht nur aufhören. Du kämpfst alle Böse in Castle Black, und das ist alles, was du immer tun. Ich bin Garrett. Frostfinger hat mich über dich erzählt. Sie denken, dass du in der Probleme bist. Ich bin nicht sicher. Er hat mich gesagt, dass du in der Böse mit den Böse bist. Er hat mich gesagt, dass du in der Böse bist. Du warst da, mit den Böse bist. Ja. Ich verstehe noch nicht. 3,000 Menschen, und nicht nur ein, kann mich beschützen. Warum nicht jemanden schluchte? Warum nicht sie mit ihrem König zu retten? Wir kämpften wie gut wir können, aber es war nicht genug. Die Freys cutten uns offen. Die dumme Schäuers. Sie können nicht mit Robb-Like-Männern, damit sie ihn in die Brüder schluchten. Sie können nicht sogar ihm eine Ehreinheit geben. Sie können ihn sterben, um ihn zu kämpfen. Walder Frey und Reus Bolton werden für ihre Trächtigkeit verraten. Ich möchte dir glauben, aber die Leute wie das nicht verstehen. Jetzt die Freys verraten Riverrun, und die Boltonen sind die Norden. Nach dem, was sie getan haben, ist nicht richtig. Sie verraten meine Familie. Ich sollte da sein. Ich denke, wenn ich da bin, hätte ich etwas getan haben. Aber die Wahrheit ist, dass ich auch sterbe. Whatever ich damals gedacht habe, mein Platz ist hier. Mit einem schönen Tag. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verraten habe. Sie verraten sie nicht so einfach, wie du denkst. Die meisten der Männer sind Kriminale, die gefordert werden, um die Schmerzen zu nehmen. Du warst ein Schwierer für ein nobeles Haus. Was für dich heute passiert hat mir mehrmals als ich kann. Ich lerne, dass es nichts mehr wichtig ist, als die Brüder zu haben. Ich fühle mich das gleiche, das erste Mal, als ich es gesehen habe. Ich hörte, dass du ein Brüder zu sein willst. Warum? Warum riskierst du dein Leben da draußen? Warum? 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 Ich werde dich auf! Ich werde mich für dich noch in Ruhen. Ich werde mich da mit dich unterwegs sein müssen. Aber hier, die der Mance Raider, die auf dem Wagen, mit 100,000 Wildlings. Ich sah ihn selbst. Die Männer hier sind diese Mörder. Thieves, Rappers. Du darfst nicht den meisten, und schubert nicht dir und du. Aber sie sind deine Brüder jetzt. Kannst du mit ihnen stehen? Kannst du sehen, dass du deine Unterschiede gesehen hast? Ich bin mit ihnen. Glückwunig zu hören. Ich würde sagen, dass du mit den Schrauben verwendest. Aber du wirst nicht. Komm schon. Better fahren bei einem Feuer, oder du bist wie Frostfinger. Puh! Wo sind wir jetzt schon wieder? Ah! Ja! Puh! Wo sind wir jetzt schon wieder? Ah! Ich bin hier, aber wo bist du? Ein bisschen hide im Sieg, würde ich sagen. Äh, wo ist Walter? Hm... Ah! Puh! Erschreckt mich ihn jetzt so! Wenn jetzt irgendwie der Slenderman da steht, ey, dann gute Ahnung. Yes, yes! Ach, das ist doch der, wo vorne da stand. Der, wo auch so offen steht. Mal Lady! Mal gucken, ob ich auch einfach da lang laufen kann. Ah! Ah! Mal gucken. Ist da sonst ohne nào? Ich kann mich verändern? Ihr hat nicht zu bekommen? Also, Lu-Khan. Die Frau ist mit mir. Ja, Herr. Angelegen Sie dein Morgen. Hm. Wir müssen dich verletzt. Ich hoffe, es wäre noch nicht complimentary. Ich bin Damien. Wie ist das alles verwüstet? Hä? Deswegen muss man alle das Vasen herunterschmeißen und sowas. Ich bin entschuldig über das, Mira. Aber du hast Enemies der falschen Menschen gemacht. Eine Handmaidin sollte ihr Platz kennen. Was? Was sagst du denn? Ich werde das schnell machen, wenn das hilft. Ich werde dich zufassen. What the fuck is he doing? Nein! Wah! Nein! Wah! Komm schon. Du? Was? Was? Was ist das? Was war das? Was sah das? Er versucht mich zu töten! Warum hast du das gemacht? Was machst du hier? Ich hörte sie schreit. Du hast was du tun, Frau Meera. Du hast keine Wahl. Ich muss zurückkommen, jemanden kann mich sehen. Ich nehme ihn. Ich weiß ein paar Bereiche in Frieden, niemand wird ihn. Keine Ahnung. Ich werde nicht. Alles okay, Herr? Damien, wo bist du? Hau ab! Renn! Schmeiß das Ding weg! Nein, nein, dumme Entscheidung! Oh, war das dumm. Die finden es bestimmt bei mir. Oh, war das dumm! Oh, war das dumm! Oh, war das dumm! Oh, war das dumm! Oh, Kaisen! Wieso? Oh, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ach, die finden das bestimmt nachher bei mir und wissen, dass ich es... Oh, hätte ich es einfach nur weggeschmissen. Roderick! Es ist du. Es ist nicht so, wie es das? Roderick! Sie sagten, dass du dich weg bist. Ramsey Snow hat das gemacht. Er hat das mit Ethan getan. Du wirst ihn verletzen, nicht wahr? Lord Weihel sagte, dass du nicht. Denn du bist ein wunderschön. Aber ich weiß, dass du das wunderschön. Er hat es verdient. Er hat es nicht so, wie er es ist. Ich werde ihn verletzen, für was er getan hat. Das ist genug. Ich werde mit meinem Bruder... Er hat es nicht so, wie er es hat. How about a story? No, no. You've had your chance. He's a child. What harm could it do? Might get a quick one. Mother. Come join the others. He's right there. My son. But soon they'll take him from me just like before. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one. But his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell. Saw our lands destroyed. Everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch that same fate before this family. Our house. My children. I won't let that happen to us. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last White Hill down to the babes in their beds. No matter what, you must do it. Promise me. I will kill anyone who stands in my way. I will do whatever it takes. Remember that. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Meera, Asher, even Garrod. They all stand with us. We are strong. Yes. I suppose we have to be. Would you say a few words, my lord? My father. He was everything. Everything I ever wanted to be. He showed me what it is to be a lord. He was always honorable. I never knew a man. I am... I am sorry. I love you, father. Ethan, my little brother. He stood up to Ramsey Snow. He saved our sister's life. And paid with his own. He was only a boy. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan. My sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. 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 Farewell. Fareweller. I've sworn I've sworn to God this rest you've earned. I'd bear my neck to win in pain. And swim the ship. And swim the sea. Pain slavers pay. And crimson rains. To bring Ethan back to me. Snow grabbed me from my mother's grasp. To claim me as his prize. Ethan freed me from Ramsey's clasp. The rival's locked eyes. Fight on, fight on, Ethan the brave. Old gods bear steel with you. Our lord might win a hero's grave. So iron grows anew. Still iron grows anew. We'll be with you. Look forward to this. I want to be with you. I want to be with you. I love you. I'm with you. Ich weiß es nicht, Herr Whitehill. Herr Whitehill kommt. Grif Whitehill braucht uns zu retten. Nichts weniger als ein Vortrag mit etwas zu tun. Es war sehr schlecht, wenn es nur die Soldaten war. Wir können nicht mit ihnen leben, unter unserem Ruhm. Formen, und folgen meine Führung. Ihr werdet ihr vows. Ihr auch, Tuttle. Es ist Zeit, zu tun, dass du ein Bruder bist. Oh, die Dinge, die wir für die Familie machen. Ich frage mich manchmal, ob es es wert ist. Oder die Sacrifizien. Enjoy the wedding. Wie viel weiter zur Marie? Ein paar Tage. Wenn die Legion verloren nicht mit uns zu treffen. Nein. Ich habe ein paar Menschen überrascht. Die Lannister-Garde. Sie fragen die Leute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich sage, dass Keine Warnke geht. Oh, Suppläge ist Ethan und Gregor Forrester. Wo haben wir sich jetzt denn besser gehen? Eine gute Episode. Doch jetzt mit vielen Entscheidungen am Ende. etwas gefühlvoller als die anderen und weniger auf Action ausgelegt, obwohl die andere, ja, gut Telltale Games halt aber irgendwie doch mit mehr Entscheidungen in denen es jetzt tief drinnen ging naja vergleichen wir einfach mal, was wir haben du und 78,9% haben nicht Margeries Brief gefälscht, also kein einfach geschrieben an die Familie das überrascht mich jetzt eigentlich, doch ich hätte eigentlich gedacht dass sie das wahrscheinlich mehr machen gut, aber wahrscheinlich wollten sie alle nichts, die Margery betrügen du und 38,7% der Spieler haben Lord Whitehead das Ring geküsst na gut andere waren halt vielleicht doch einfach mutiger, aber ich wollte einfach, dass der Ryan dabei sein kann du und 59,4% was? oh okay wir haben es verkackt mit Elena anscheinend kann man das doch irgendwie schaffen, dass sie einen heiratet oh 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 you and 59% meldessus car you and 91,6% killed Myrus attacker ja mal überreden konnte, dass sie uns heiratet, dann hätten wir ja ihre Army da gehabt und wäre alles ja okay gewesen. Wenn das jetzt schon in Episode 2 hätte... Fuck. Na, wahrscheinlich hätte man einen Brief geschrieben und dann auch rumgeflirtet, dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Puh, naja, bin ich ja mal gespannt. So, sechs bis sieben Wochen würde wahrscheinlich die neue Folge kommen, Episode 3. Puh. Ich bin ja immer noch fertig, muss ich ehrlich sagen, ganz ehrlich. Das ist richtig krass. Ja, auf jeden Fall werden wir es auch dann wieder spielen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es heißt Game of Thrones Erteilte Game Series Episode 3. Und wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch Goodbye, GG und Well Played. Mann, was für eine krasse letzte Folge von Episode 2 Game of Thrones. Hey, Puh. Naja, Asche kommt langsam. Die Beerdigung war echt hart, muss ich sagen. Also, Dank, äh, Danken sage ich jetzt schon. Das ist der Krieger. Ist doch Krieger, oder? Ah, Mann, wie ist denn? Wieso? Wieso? Und dann am Ende, beziehungsweise davor, vor der Beerdigung, wie wir den Typen abgestochen haben, den Kohlejungen, nenne ich ihn jetzt einfach mal gerettet haben. Boah, das war schon sehr krass, also, das einzig blöd ist, ich habe das scheiß Messer nicht weggeworfen. Na ja, wie uns das nachher in den Arsch sehen wir dann möglicherweise bei Episode 3, also nicht Folge 3, sondern Episode 3 von Game of Thrones, wenn es rauskommt, ich schätze mal, es wird wieder so um die 8 Wochen dauern, äh, 8 Wochen, so, 6 Wochen, ich bin mirlauben, 1,5 Monate, 1,5 Monate, bis die nächste Episode wieder rauskommt und hoffen mal, dass es dann spannend weitergeht und dass es dieses verfickte Messer nicht zum Verhängnis wird. Wir sehen uns wieder und wie immer wünsche ich euch Goodbye, Didi und Well Played.